hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge art mit eurem striker die brutmutter auf gamma wird jetzt gemacht so es ist alles drin unsere tiere die stehen hier wir starten an einem server reifen können wir ja nicht es wird geschworen ich laufe zum megaterium hoffe dass ich hier noch mitkomme ich hoffe es ich hoffe es ich hoffe es und zehn treure touren ich gehe einfach ein bisschen weiter nach vorne dann sollte das funktionieren 5 4 3 3 3 1 los geht's wir sind da ich mache mir gerade die kugel hier aus hier sitzt noch die kreatur ich drücke hier von wege auf geht's machen natürlich ein bisschen mit hier ne okay es ist anscheinend sehr heiß hier drinne wir müssen den bayern noch ein bisschen was essen also damit wird irgendwie ausverteilt einer macht da gar nicht mit okay scheint ein problem zu sein dem die ich gleich schauen ich schaue Absolut kein Problem. Ihr müsstet mich hier aber auch irgendwie mal ranlassen. Okay, irgendwer muss, ich weiß nicht, wer das Artefot, das Element, so ich sag mal. Da müssen wir dann jetzt gucken, weil ich hab's nicht. Die Brutmutter, bei der Brutmutter ist halt nichts drin, also muss irgendwer hier von unseren Viechern das Artefakt haben, ne, das Element, nicht das Artefakt, so wie man das jetzt reinhast. Du hast es nicht, du hast es auch nicht, ähm, kriegt man auf der ersten Stufe kein Element. Ich hoffe, ihr wollt, dass es in Bernhard. Das macht mich hier nicht schwach, Leute. Aber mit dem gehen wir auf jeden Fall nochmal in den Dings rein, denn die ist es schwieriger. Das hat so weit nämlich ganz gut funktioniert wie die Worte. Aber, ich vermisse das Element. Die haben ja komisch schade gekriegt, ne, unsere Tiere hier. Leute, uns da das Element raus. Da ist es, da ist es, 20 Element, nicht die Welt, aber wir haben es, ne. Sehr schön, sehr schön, Brutmutter, haben wir erledigt. Das war ziemlich fix, nur niemand, nur niemand mit Minuten, aber so ist es halt. Erledigt ist, erledigt. So. Und noch eine schöne Menge Chittin. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen werden, aber wir haben es. Und erbt nach Hause. Ja, sehr schön, der erste Bossfighter. Erste Bossfighter, Brutmutter aufkammer, abgehakt. Ich denke mal, wir werden dann halt auch die Dings wieder brauchen. Die drei Artefakte müssen wir holen, dann wieder. Eine Kabelselle. Leider gut ist es, meine Kabelselle. Ja, drei Artefakte. Das Element packen wir natürlich jetzt da rein, wo es wieder mit hängen wird. So, ja. Dann machen wir das hier rein, wo es wieder auskommt. Das schmeißen wir raus. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das raus, das raus, das, das. Das. Das ist echt gut, die Team mit Farben, mit dem Dingern, ne. So. Ja. Gutmutter, Trophäe, Gamma. Ah, ne, dafür brauchen wir ja die Dings, ne. Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ähm, ich würde gerne noch. Ähm. Wie heißt es gleich nochmal? Terminalistie. Wie herstelle? Dino Storage. Davon hätte ich jetzt gerne nochmal ein. Und kann nicht schildern. Und so. So packen wir das Ding da rein. Nein, nicht switchen. Das selbe Snapping. So. Und zwar möchte ich die hier hin haben. So. Und über dir möchte ich ein Schild haben. Wäre noch schön, wenn da irgendwie nichts durchgucken würde. Brutmutter. 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 Schön, dass man das wunderbar lesen kann, aber wir wissen es ja, ne. Brutmutter. Und diese Tierchen hier haben uns die Brutmutter. So. Dann können wir hier vielleicht noch, weil ich keine Ahnung, welche Passe gibt es noch den Drachen und. Das war der andere. Der Drache. Ah ja, der Affe, ne. Dann kann man damit gucken, wie weit man jeweils in den Schwierigkeitsstufen kommt, ne. Fände ich phänomenal. So. Sehr schön. Apropos nochmal. Sehr schön. Ich möchte noch was kippen mit euch. Leute, es läuft hier gerade so flüssig. Ich bin so begeistert, ey. Ohne Energie. Das ist mir schon richtig. Tech. Ich würde gerne nochmal gucken. Ähm. Klonkammer. Klonkammer. Kostet 100. 100. Da ist sie, ne. 100 Element. 100 Element. Staub. 41.000. Können wir hier sogar herpullen oder so? Das machen wir mal rein. Ähm. Ja. Ohne Energie. Strom einschalten. Ist schon fertig. Ah. Da kommt nicht viel raus. Ne. 2, 1. 2, 1. 2, 4, 6, 6, 12, 18, 24, 24, 30, 36, 35. Ah. Ich brauche noch ein paar Tiere, ne. Umbedingt, ey. Da kriegen wir nicht viel mehr weg, ey. Du hast hier auch noch Element drin, ne. 23 Hä, gut, was soll's mir so hart durch, ne? Das hätte aber damals nur noch was gucken mit euch Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht, ne? Aber ich glaube, ihr könnt ein Element einpflanzen Ey, wie war dein Handwerk hier, Kollege? Hm, ich hab's richtig den Weg versperren So, Moment bitte Abarmation, Arc Da wäre das Element Splitter, ne? Can you play it more medium or large group plots? Element, wollen wir uns das vielleicht einmal mal angucken? Hier einmal mal einen rein, ein Element Splitter Ein Element Splitter Aber man wird wahrscheinlich so ein bisschen nicht mehr hinbekommen Weil ich keine Material mehr habe für ein Element Splitter Doch Wir probieren das jetzt einfach mal raus So, hier so ein bisschen Power-Rankung, ne? Wir gucken mal, was dabei rauskommt Wie viel dabei rauskommt, wenn es zu viel wird Guck mal Guck mal So So Zack Ach so, ist mal instabiler Aber du kannst mir denn schon mal dafür eingehen Nein, du bist doch so seitdem ich hatte, ich hab noch nie Element gefunden Ich wusste gar nicht, dass mein Element futtert kann So, was dämliches Was kippt mir um mich, ob ihr hier durch habt? Mann Du bist du doof Element Äh Element Dankeschön Guck mal Fortschrank Ähh Da äh Da ist das Ding. Du hast Fleisch Du musst doch nicht sowas vert imagining regiment Niemö Junge 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 Was ich finde das jetzt eigentlich gerade schade weil wir brauchen eigentlich die gab es schon nicht wenn wir das hier jetzt einpflanzen ich gucke uns das mal an vielleicht nur so lange bis wir hier vernünftig sind so dass wir den kloner vielleicht begreifen können wir gucken uns das ganze spiel das ist das was mich jetzt gerade ein bisschen abschreckt aber ich würde ganz gerne auch mal lange mein mein kommt denn unser anderer habt ihr wieder her der war doch weg die sich wieder hier her verlaufen ist ja nein stein 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 sehr schön 30.000 fertig machen irgendwie fand ich das jetzt noch ein bisschen schade dass das ist auch so schnell vorbei mit dem boss falls aber so ist es halt das ist auch ein bisschen stein jetzt wieder nachlegen zack das wird mit der veräppeln ja so auch du bekommst stein geht doch ein scheiß leben ne und dieses stein gefüttert oder schnitzel ist aus heute gibt stein so ich glaube ich glaube da habe ich jetzt noch mal da passen so 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 und mal die auch noch mal zwei jahre da gibt es sogar noch mehr stein, kwarze, zack zack, sehr schön was könnten wir denn jetzt noch mal machen wir könnten hier noch mal vier stück von den dingen das sind die normalen tor reinforscht davon hätte ich gern und b-motsdam ich weiß gar nicht warum wir davon zu viel haben wenn man gucken ob er noch ein tag kriegt vielleicht dachte ich auch noch mal weiblichen braun lasst uns mal rumflattern einfach mal wieder ein bisschen spazieren gehen ich bin froh dazu dass wir kommen mit dem boss wir fliegen mal Richtung roten obelisk und gucken mal was wir benötigen für eine stufe weiter die brutmutter würde ich jetzt behaupten gucken wir mal ob wir die in der stufe stärker machen können das ist ja auch selten bis gar nicht ne malerweise ist hier immer ein spieler na gut dann ist das jung die 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 zeit zum wissen müssen wir nicht immer erweiligen textx kann man versuchen damit zu züchten bis stufe was weiß ich was wir versuchen gerade los zu flattern um zu gucken ob man krieg bekommen aber was haben wir nicht mit das wäre es dann auch beta und das wäre einfach okay dafür bräuchten wir wieder die artefakte dieselben ok das sollte man doch irgendwie das sollte nicht so schlimm und hier brauchen wir ja gut die hälfte von aber schon zu hause besorgt übrigens die krallen gibt tambour gift war schuppen ein bisschen was haben wir davon darf und dann gucken wir mal ob wir viel verlieren viele tiere verlieren dann muss ein bisschen bei dem fliehen bleibt mir auch noch spielen schön schicken spielen würde ich auch schon gerne und wenn man den hat nur zum stehen haben zum zeigen das muss jetzt aber das ist so und wirklich und da werden 16 uhr noch doch nicht mal hier spiel muss ausstehen bedroht leute da ist ein rex müsste ich vielleicht mal da hinschauen das ist das eine ekelhafte suppe da kommt ein spieler 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 mäßig ok wird dann eben noch schnell dahin wo ich bin zum zimmer sind die rechse oder die kriegs gesehen haben so weit nicht kalt wenn vielleicht an der metallrissung ging das muss ich mich ein bisschen orientieren das links von uns müsste der rocker dann müsste links rum und da müsste die müsste eigentlich nur so dieser dick kriegs gespawnt sein zumindest die letzten malen letzten beinmalen guck mal ob wir da wieder einfangen wir können hier vorne noch mal wasser gucken ob ok er ist kalt jetzt warm und wenn noch ein spieler rum rumlummert die lege die 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 denn 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 da ist auch immer gut da so ein spieler 20 ok spieler 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 aber irgendwas scheint mit dem spieler nicht zu stimmen weil der eigentlich schon drangehäler die wäre eigentlich schon geschichte ein bisschen glücker müsste mir gleich zumindest waren dass hier die letzten maler wo wir den deckel gehabt haben den ersten und den letzten jetzt mein zinken heute wird die aufnahme schön dass es wird da wieder so ein bisschen aufklärt 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 ich kann auch noch als man bei bitte richtig sein hallo der krex nee das ist heute die man spieler zum unterhältnissen ich glaube das wird nicht das sieht nicht aus können ja hinten noch mal diese fleischfritzer aber da haben wir ja letztens auch gar keine rechse gefunden ich glaube die müssten uns hat die quetzel einmal luft holen lassen wird sagen wir plattern dann noch mal auf die insel und dann daran nichts finden machen wir feiern heute auch nicht immer so lange folgen ruhig etwas kürzere folgen noch mal ab und zu machen hallo also ich kann mich auch mal eine zeit entzünder bei hier und über klose rechte betraut noch kanus ich glaube die die insel haben sie um modifiziert zu kano und hier ist eigentlich jetzt auch eine hölle du hast ja was ok leute mal feierabend soll teleportieren zu hause aber ein bisschen was zu finden aber das war ja auch nicht im zweck der sache wir wollten ja heute eigentlich unsere brutmutter machen die war erfolgreich gemacht haben in diesem sinne wünsche ich euch einen schönen abend einen schönen tag je nachdem wann euch die folge anschaut ich hoffe der kurze kampf hat euch gefallen tschau tschau euer striker ja 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 ja